Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town, auch mal wieder mit den lieben McManias. Und wer ist heute noch dabei? Ich! Moment, Moment. Scheiße. Äh, der Dabuucard. Ja, ja. Diko, Strayta, Diko schießt auf mich. Diko, Goro, Grenz, Kapuze, Grabs, McFly, Nephias, Nightshade, Sachsen, Let's Play, Early Boy und Nils. Mehr hat er leider nicht heute. Ja, hallo. Guten Tag. So, Mr. President ist hier. Hilf mir. Hör, Schiko, darf ich schießen? Haben wir eigentlich vier Traitor jetzt? Schiko, gib ihm die Shotgun. Schiko, gib ihm die Shotgun und schießt doch eine, verdammte Scheiß. Ich will deine haben. Ja, genau. Haben wir jetzt eigentlich ein oder vier Traitor? Drei hab ich nicht mehr. Natürlich geht gar nicht auf, oder? Oder haben wir vier? Oh, Goro, da ist ja gestorben, Goro. Komm mit. War das oben? Wenn der Kapuze ein Quatsch lag, dann ist das doch... Wo ist Kapuze denn da? Nein, ich... Nils hat die Tür abgeschlossen. Ey, McFly. Hallo, komm ins Präsidentenbüro. Wir müssen hier Besprechungen halten. Oh, Locker, den nimmt doch keiner mehr außer mir. Wir haben noch nie einer Besprechungen. Bringen wir mal eine Strumpflinde mit. Ich hab ja auch mal eine Heilsung gemacht. Oh, Locker. Ich bin der Personenschutz. Was haben wir mit? Was haben wir mit? Mal achten wir uns in der Büro. Wir müssen hier nicht die Besprechungen halten. Ich bin der Bundes-Grants-Schutz. Ja, nein, der. Du, Good Game hat unsere Vase umgeschmissen. Alles klar. Alles klar. Ist das die Strafe für Sachbeschädigungen, oder was? Wie gut ist das? Wie gut ist das? Wo hat geschossen? Ja, hab ich auch. Oh, was willst du machen, wenn ich eine Vase umschmeiße? Was willst du machen, wenn ich eine Vase umschmeiße? Komm. Erst mal ein Durchziehen. Ey. Ah. Drogen im Mobile Office. Schöne Hotbox im Mobile Office. Moment mal. Ich bin sichtbar. Das war der, das war der Welt hier. Der Club. Du musst mal die Situation hier entschärfen. Ey. Nein, ich hab nichts gemacht. Machen die alles kaputt, Early. Was ist denn jetzt hier? Ich hab keine Waffen. Gib's zu, oder ich töte dich. Nein. Was ist das für eine Granate? 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 Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Ich verstehe überhaupt keine Worte. Hören Sie auf, um die Präsidenten zu zielen. Kapuze. Ich hab meine Heilige. Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß, schieß. Ich hab keinen Schaden. Komm lauf weg, komm lauf weg. Wer sterbt denn hier die ganze Zeit? Oh, sag's nicht. Ah. Gott, Gott, Gott. Oh, du Sack. Das war der Sachse. Du wolltest mich töten. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Ah. Das ist egal. Hast du sein Mittelalter gesehen? Das gibt's in Wahrheit nicht. Das gibt's in Wahrheit nicht. Das gibt's in Garten. Das gibt's in Wahrheit nicht. Das gibt's in Wahrheit nicht. Da drüben ist auch gestorben hier. Oh, da wollen wir auf. Ja, ja. Ich weiß, ob sie raucht, dann bloß ich. Ne, es gibt zwei Ausgänge. Ach so. Hier ist auch Nils. Ah, Grenz. Komm wieder runter. Hey, Vorsicht! Vorsicht hier, ja. Wo gibt's hier Waffen? Ich brauche noch eine Waffe. Jetzt so eine Taube, ne? Drück dem Ör die Hand. Warte, Rainer. Ich hab doch sogar gesehen, wer daran rumgedrückt hat, ey. Ich hab gedrückt. Oh, nein. Was ist hier los? Ah, du. Nee, nee. Anne müsste Traitor sein. Ach, Quatsch. Hey! Alter, was soll das? Chigo, wenn ich tot bin, ist Chigo frei zum Abschuss. Ey, du hast mir den Rücken geschossen. Ich hab auch Versehen geschossen. Ja, ich hab auch Versehen zurückgeschossen. Was soll das? Chigo, try hard gemacht. Chigo ist frei zum Abschuss. Oh, nein! Wo ist sie denn? Du hast mich am 8.11. in der Kriege geschossen. Ja, Grenz. Wo ist das Huhn? Wenn ich das Huhn finde, ist Chigo nicht mehr frei zum Abschuss. Ja. Wo ist das Huhn? Hier drin ist das. Ja! Hier, bei dem Traitor-Room. Wo, wo, wo? Wo ist das Huhn? Ja, wo denn? Es gibt zwei. Ah, hier hat Crabs hinter dir. Vorsicht, oh Gott! Crabs hat angegriffen. Aua! Aua! Wo ist das? Ich mach hier schnell die Tür. Oh, schön! McManus hat, äh... Manus ist es, Leute! Nein! Manus und Anne. Ich hab ihn. Black! Oh Gott, oh Gott! Ich bin fast gestorben! Aber nur fast. Lass mir die Tür zu. Wer hier reinkommt, stirbt! Ich hab einen Traitor getötet. Early, hast du es gesehen? Ich bin scheißegal. Wer hier reinkommt, stirbt. Die muss jetzt einmal heilen. Early, ich komm zu dir. Ich komm jetzt rein. Vorsicht. Warte, lass mich den Traitor hier entdecken, dir. Scheiß Wort schon. Hab ich Punkte irgendwie? Friendship? Ja, hab ich. Oh Gott, das Hüni lebt immer noch. In Slot A. Sachse! Die Leih wollte gerade hier, glaube ich, Manus wiederbeleben. Sachse? Ja. Ich glaub, das Sachse ist es. Ich hab angekauft. Nein! Ich hab gegen Gift gekauft. Ja, nur weil du sie konfirmst. Bist du inno oder was? No. Hallo? Dalu ist tot. Warum verfolgst du mich jetzt? Warum bist Dalu tot? Weil er wurde von Manus getötet und dann hab ich Manus getötet daraufhin. Ja, wo ist denn die Leiche von Manus? Ich kann sie dir zeigen. Ich will es halt nicht so gern sagen. Was war jetzt mit Shigo? Ich bin gut. Wenn ich tot bin, ist es Shigo. Oh Gott. Ich bin eigentlich nicht. Ich geh einfach. Hier, Early, komm hier hinten hin. Early, hier, weiter. Gott. Hier. Ja, ja. Da ist ein Dalu an der Decke. Was ist hier los? Krapfen. Krapfen. Sehr cool. Dalu, du hast was gesehen. Dalu. Was war das? Dalu wird wiederbelebt. Das ist, glaub ich, so ein Schalterding oder so. Ich weiß es nicht. Aber du, aber es bist nur du hier. Ja, das ist das Problem. Deswegen bin ich gerade so verwirrt. Also, oh. Ich glaube, Krap... Oh Gott, ich sollte schnell weg. Krapfen ist es. Dalu, hier ist eine Deagle-Falle. Hier ist der Schotter, Dalu. Ich wollte grad sagen, wo kommt der jetzt wieder her? Aber der... Der... Ja. Dalu wollte mich umbringen damit. Nein, wollte ich nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Lassen wir euch alle in Ruhe. So ist es, glaub ich. Nein, ich denke nicht. Oh, wo war es? Ich glaube, Shigo ist es. Nimm an, nimm mal mit. Wohin? Den Manus. Um sie dann beide wieder zu beleben? Ja. Okay. Hinterher. Wir waren doch eben der Dingens. Äh, hier, Grants, komm mal zu mir. Du hast das Dingens umgeniedert, ne? Oder Dalu, hier, hier, hier. Dalu, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Dalu, da liegt sie. McFly ist es. Oh, fuck. Oh. Oh, ich passt um die Ecke gekommen. Nein. Warum hast du noch nicht geschossen? Ja, wie? Warum? Du schießt mir in den Rücken, ich drehe mich um und schieße ich zurück. Ja, das wusste ich aber nicht, als du geschossen hast. So, bevor ich sterbe. Detektiv, ich kann machen, was ich will. So sieht's aus. Das ist so in unserem Rechtsstaat. Zweitens, dass du doch gar keinen Schaden bekommen. Ich hab die Hälfte abgezogen gekriegt. So. Dingens? Dalu? Was, Ali? Hier, dieses Poison, dieses Gegengift, das macht Eros. Ja, das bringt ja auch nix. Das bringt auch nix. Und das funktioniert auch nicht. Ich hab mich ver... Warum ist das da noch drin? Weil's cool ist. Und weil Leute wie du es kaufen, dann halt mehr Credits haben und die Traitor mehr Chancen haben. Da sind viele Items drin, die nicht funktionieren, um Leute abzulenken. Äh, war Sachse in der Folgen? Crabs is it? Nein. Nur Anne? Ey. Jemand ist tot und Crabs is it? Nur Anne, was ist das für ein Frank? Ja, das war nur Anne. Alleine. Goro! Raus! Was? Wasser! Was? Aua! Wasser unten. Early, was machst du hier? Im Keller wird alles gesperrt. Alarm! 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 Man sucht die Anne schon! Leute! Was ist denn? Was ist denn? Crabs ist im Schacht hier, die Teckte, die Teckte, die Teckte. Die wilde Anne ist frei. Du warst doch hier mit Crabs allein. Ja, aber er ist doch von allein reingekommen. Oh, was ist das? Achso, Moment. Er wusste nicht wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Das glaub ich nicht. Alter! Was ist denn? Der liegt da unten wirklich drin. Aber am Anfang hat Anne gerufen, Crabs is. Ja, ich weiß. Dann ist auf einmal jetzt Crabs tot. Ja, er ist einfach von allein in den Schacht gefallen. Ja, und wieso hast du vorher gerufen, er ist es? Ja, weil er ist was explodiert. Und ich dann dachte, er schießt. Anne, liquidieren ihn steckt. Kein Problem. Ey, Kapuze! Guck doch nachher, er liegt da unten drin. Wenn du dir beinockelt hast, kannst du die Todesgesache aufsehen. Der liegt auf jeden Fall ein Toter. Ich hol mir aber lieber einen Rokel. Hier unten. Hier wird geschossen! Wer ist Kalin denn da? Manu schießt hier irgendwie alles ab. Gar nicht wahr! Janu ist aber wieder dabei. Raff oder Jaws. Vor Freude. Ey, Kapuze! Ich hab da nur die Fernseher von der Wand geballert. Alarm, Manu's Alarm. Wie so bei so einer Hochzeit schießt er in die Luft. Guck mal, wenn du dich da drunter stellst, die kann man dich vielleicht sogar sehen. Warum ist hier Blut? Warum ist hier Blut? Kapuze? Was ne? Hier? Er hat seine Tage. Ich weiß nicht, muss ich nicht wissen. Oh, seine Shotgun, wie geil! Goro bei soll seine Waffe wegwerfen, ich bin Detective. Pfff! McFly macht ja den Goro, oder was? Hast du Angst? Das ist guter mit dir! Abgesägt ist illegal im weißen Haar. Kapuze, was ist denn das? Respekt hast du? Ich hab keine Ahnung. Abgesägt ist illegal im weißen Haar. Hast du nicht die Crab's rot? Abgesägt ist... Ok, jetzt ist noch niemand tot, wir können also Gorenz und Damo schon mal ausschießen... Wo ist denn, Gorenz ist tot? Gorenz ist Detective, ja... Gorenz ist Detective... Hey, Auas! Gorenz ist tot, weil er die abgesägt hat. Gorenz ist tot, weil er abgesägt hat. Aua! Gorenz lasst mich den Detective... Ah, Mann, Nephi, das ist doch für dich. Lass sich dein Detective-Trader sein. Warmpass dieser Schild? Warum ist Nephi tot? Oh, ein Finger, da ist ein Dringer angegangen! Wo? Hier, was? Oh, da muss... Das ist mir auch mal passiert. Ja, rausgelaufen. Durchs Feuer. Lol, Nephias ist weg. Hier ist Blut, Leute, hier ist Blut. Ich hab ne Spur. Was, Nephias ist weg, dann ist es doch Nephias. Ja, Nephias ist es. Nephias kommt und der ist bestimmt in den Trader rumgegangen. Was hast du grad gemacht, Early? Early war's grad im Trader. Warte, ich hol ihn. Ah, Early! Müsste, müsste der Deathwinger nicht, äh... Early war grad einkaufen. Wenn er nicht confirmed wurde... Ja, die einkaufen, ihr habt die Scheiddingens. Ach so. Aber er ist es. Lustig nicht. Lustig nicht. Okay. Nephi nicht frei zum Abschluss. Erst sagen, wo er ist. Nephi ist frei zum Abschluss und du, Christian Kehl... Nee, Nephi ist frei zum Abschluss, auf jeden Fall. Also... Nephi ist frei zum Abschluss. Manus, wenn du dich fragst, bist du... Hast du mich geschossen, Nils? Was? Wenn du dich auf Nephi schießt, bist du... Nein, das war ich nicht. Okay, ich schieße ihn. Wo ist er? Wo ist er denn? Dalu Nils hat grad auf mich geschossen. Good Gaming, ja, ja. Der verrückt mich auch auf einen Meter. Wir sind in eine Richtung gegangen, Mann. Das ist ja eigentlich für Folgen. Ich hab's wohl in den Schuhe aufgenommen. Ich hab's wohl in den Schuhe aufgenommen. Warte mal, Anne. Hier sind's mit mir und alles in unserem Körper. Good Gaming, kannst du mich rauf? Wir fördern? In unserem Körper. Äh, wie geht das? McFly rauf! Was passiert, was ist hier oben? Mach du! Hier ist die Intervention! Cool! Kann dir aber auch so zeigen, wie man da reinkommt, ohne das Ding. Oh, nice! Chau ab, Erli! Chau ab, Erli! Chau! Chau! Ja, genau, das Lustige ist, man kann auch von oben hier rein. Anni, Fias, fang dich! Nefias kommt jetzt immer... Nefias kommt jetzt immer... Nefias kommt jetzt immer... Nefias kommt jetzt immer... Anni, viel Spaß! Glaub Nefias hat sich eventuell verkleidet. Hallo, Anne! Oh Gott! Ja, ich steh neben dir! Ja, es hätte sagen können, dass du ein Doppelgängelst! Hier ist doch eine E-Körne! Anni, ich fang hier auf! Ja, was? Anne! Hier sind doch zwei gewesen! Ich bin aber nicht Anne! Wo? Ah, Erli war hier grad dann! Dalu ist es wieder hier! Ich wollte dich erfangen! Du hast Max abgefangen! Dein Auto versichert, Dalu? Ey, Manus! Hier wird geschossen! Ja, im Trailer haben wir geschossen! Nils! Da ist das Fenster! Anne, was machst du? Oh nein, jetzt häng ich weg! Anne! Anne! War wieder da! McFly wagt es nicht! Äh! Hilf uns mal! Nils ist Traitor! Ich will nicht mit ihm eingeschlossen sein! Man sollte doch nicht mit Anne zusammen durch ein Fenster steigen wollen! Das passt doch gar nicht! Nils ist Traitor! Ein Panoramoment! Boah! Ein Panoramoment! Ey! Nils ist Traitor! Wenn ich tot bin, bin ich hier! Aber du bist ja nicht tot! Aber ich werde gleich tot! Hast du eine Disco? Oder hat einer eine Disco? Ich hab auch noch eine Insie! Ich hab auch noch eine Insie! Ich glaube immer, du hast Schrot im... Ey, McFly! Ey! Oh! Ich pass auf! Ich mach das Fenster! Du machst den Gang! Okay! Hab ich ja noch... Hä? Moment! Bin ich über den Dead Ringer gestolpert? Wenn ich tot bin, was immer noch nie ist! Goro liegt hier! Goro liegt hier bei mir! Wie kann der auch bei dir liegen? Hä? Der liegt bei mir! Bei mir liegt Goro! Ja guck! Ich hab ihn aber Dingens! Leute! Was ist der denn jetzt? Dead Ringer! Wo ist er hin? Hä? Der war... Der lief... Der lief am Oval Office vorbei! Das kann doch nicht sein! Ah ne! Einmal muss er aufpassen! Der Dead Ringer ist hier angegangen! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Anne! Pass auf! Einen hast du leider nicht! War es Shigo? Nein! Shigo hat einen Trailer gekillt! Der andere hat sie gekillt! Dann ist es Early oder Krabs! Oder Dalu! Muss es Krabs sein! Oh! Stop! Alter! Warum kommst du die Leiche nicht? Dalu! War ich doch grad dabei! Ich bin hier am Rumbacken! Irgendwo steh ich drauf! Ja ja! In die Zeitung! Guck hier die... Alter! Die Schnauze! Wer ist in der Zeitung drin? Lebt Krabs noch? Ja! Deiner gesüppelt! Ah hier! Was geht ab hier? Ja, Krabs ist es! Ich glaub... Er ist noch still! Scheiße! Ich bin tot! Wer ist es denn? Okay, er ist ein Dead Ringer! Jetzt muss er da erstmal... Wer ist es denn? Hallo! Hallo! Sag dir noch tausend Worte! Außer dass wer es ist! Dalu! Dalu! Dalu ist weg! Also Nefias ist ja auf jeden Fall, ne? Er ist ja schon rot markiert im Scoreboard! Wer fährt jetzt einfach mal ne Ins hier raus? Nein! 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 Wollt ihr ne Holy Grand Night haben? Nein, aber du kannst die Disco reinwerfen! Gitti! Nein! Tschüss! Gitti! Nein! Sehr... Jaaa! 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 Aber wieso ist die Dead Ringer Leiche dann in so nem Puff sozusagen wieder... Ja, weiß ich auch nicht! Weil er durch den Friendship gestorben ist wahrscheinlich! Nee, der ist durch den Friendship gestorben! Ich bin ja vorher schon irgendwie durch ne Insie von Early fast gestorben und da ist mein Dead Ringer angegangen, aber da hab ich mich zum Glück noch geflüchtet! Jaaa! Scheiße, ich hab Early doch in den Rücken geschossen! Dann hat er beendet, als er angefangen hat! Deswegen hab... Nee, ich hab keinen Schaden gehabt! Doch, ich hab die doch angeschossen! Hast du gesagt, hey, wer war das? Aber das war richtig unbeziehungslos! Ich hab kein Leben und keine Credits mehr! Ey, Goro verfolgt mich jedes Mal! Es ist auch... Jedes Spiel bin ich nur da, um dich zu ärgern, Grant! Heze! Ey, Arno, was ist doch geworfen? Der ist deswegen bin ich hier eingestiegen! Was soll der Scheiß denn? Fehler! Aua! Ich bin Noaya! Da hält sie hinzielly geworden! Das war die Ashelegung! Eier Corey! Neg Grid! Kapuht, der hat mich geschlagen! Sorry! Sorry! Was soll denn der Scheiß denn? Ich bin einfach, ich wollte einfach immer so schlagen und den Zaum das? Dann war überhaupt mal gut einer getbalanced! Mann! Mann! Oh, McManus! McManus ist ein Traitor! 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 Ich bin ein Traitor! Ich bin ein Traitor! Ich bin ein Traitor! Leute, ihr müsst mir zuhören! Au! Der Raum war offen und ich bin rein! Was war? Ich hab dich confirmed, du wolltest grad die Traitor-Falle Ich hab grad ein Déjà-vu, wer hat das nochmal so gemacht? Marv hatte das mal so gemacht! Warte! Galu, hast du noch Credits? Darf ich ihn töten einmal? Er ist es! Er hat Multitraitor verloren! Er hat mich auch geschlagen am Anfang! Nein! Gut gemacht, Granz! Wenn nicht das gewesen wäre, dann hätten sie jetzt alle wieder gesagt, random kill! Ja, natürlich ist Granz! Verstecken wir ihn! Mit einem Bild in der Hand! Ah, der hing so gut! Wieso darf Granz ihn einfach abknallen? Der Pulitzer hat gesagt, mach doch! Pulitzer hat Sterbehilfe angefordert! Töte mich alle! Sterbehilfe angefordert! Ihr dürft nicht auf mich schieben! Manus! Da ist er ja! Ja, rauf mal! Ja, und was sollen wir das sagen? Vorsicht, bitte geht von der Tür weg! Alter! Was ist Spaß?! Was ist Spaß?! Der eskaliert euch! Die Deal kannst du mir jetzt geben, ey! Die wird gesichert! Sachse war's! Sachse! Alter Schwede, ey! Ey, die Treppe geht runter! Wir sind eingesperrt! Stopp zu wackeln! Ich treffe dich nicht! Du wüsstest doch! Was für den Nate! Du Spinner! Ah, Sachse! Hab ich! Warum hast du ihn ehrlich confirmed da unten? Ah, nice! Was?! Uhhh! Ich bin wirklich eingesperrt gewesen da unten! Hab ich das gerade gemacht? Kann ich den haben? Nein! Nee, kannst du haben! Och mann! Ich hab Sachse's AK, was los! Kann ich den gar nicht nehmen! Ich schupps dich! Sag mal jemand das Licht! Sag mal! Anna, haust du einfach den Early, oder was? Was? Nein! Ich hab den Sachsen aufgehängt! Da, du schießt ja immer her! Aber er hat's verdient! Sag mal! So, und jetzt wird die Anna auf den Scheiderhaufen verbrannt! Bis ich das gehört! Hey! Hallo! Hast du Spaß, Sachse? Guck mal, wie er grinst! Oh! Nice! Lassen wir es mir selbst mal aussehen! Hängt ihn nochmal auf! Hier noch so ein Stuhl! Der muss eigentlich umgekippt sein, der Stuhl! Manus ist auch in den Traitor-Raum gegangen! Mensch, ich... Ach! Wie oft ist es noch ein kleinerer? Woah! Holy Shit! Wo? Ich bin's nicht! Wer ist da rausgekommen? Wer ist da rausgekommen? Wer ist da rausgekommen? Alle lebt noch? Wenn er noch lebt! Ah! Babycrap! Was ist heute das denn? Ich hab's... Woh! 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 Was bist du denn für einer? Ey, Ey, Holiday Dream! Nicht schießen! Wie viele leben noch? Alles klar! Oh Gott! Ich hör schon... Nein! Scheiße! Ich freu dich! Ich hatte mir noch ein Radar gekauft, um zu gucken, wie viele noch leben! Grants! Grants! Grants, ich dachte echt... Ich hab den da nur nicht in der Ecke gesehen! Und da... Ich wollt auch den Baby verpassen! Das hast du auch kein Ding hinter mir gemacht! Nee, nee, nee! Hab ich nicht! Ich hab's gesehen, aber ich konnte nicht... Weil du gelacht hast, als du... Als du lang durch ein Friendship-Beam gestorben bist... Da drüber lacht man nicht! Mein Chat ist drauf, Leute! Da bekommt die Aussage... Kinder bekommen... Irgendwie lecks... Irgendwie fängt dann bei mir zu lecken! Es kommt Schwäbe geflogen... Crabs dreht sich um... Ja, ich hab dich nicht gesehen in der scheiß Ecke da! Ich hab mal geguckt... Wer hat's dann überlegt? Überlegt! Ich so... Anne? Okay! Und dann hab ich noch den Friendship-Beam von dir aufgehoben... Und dann schnell ein Radar gekauft! Weil es war dann so eine Confirmed gewesen! Ja, genau! Und dann hast du einen Traitor gekillt! Weiß Nightshade, dass er drauf hat? Mann, ey! Ich hör nur diesen Ding jetzt! Und ich denk mir... Oh, scheiße! Da ist schon wieder so ein Orbital Friendship-Beam! Oh, man! Das ist friendly! Ja, am Arsch! Am Arsch ist der friendly! Am Arsch! Man, das hat mir grad schon 20 Leben abgezucht! Vorsicht, da kommt die Entry! Oh Mann! Winterrama, Winterrama... Let's make a haunted tree! Aua! Vorsicht, hier ist Feuer! Danke, dass du... Kapuze! Kapuze, schick mich mal hoch, bitte! Okay! Oh! Kapuze! Was ist... Nein, ich war das nicht! Nee, 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 nee! Der hat doch Strom gemacht! Au! Ich wurde gestromt! Gestromt! Na, 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 na! Ah, dann weiß ich... Wer wollte nach oben geschickt werden? Nee! Nee! Ja, ich, aber ich... Ja, weil, ähm... Ja, das geht ja jetzt... Das wird ja jetzt aktiv, sobald man... Ja, aber hier sind 1000 Leute langgelaufen! Das kann jeder gewährlich sein! Spielen wir ohne den Keller, oder? Ja, ja, ja... Aber nicht die! Das ist auch keine... Nee, du kannst auch ruhig in den Keller gehen! Ja? Na klar! Mano, jetzt ist wieder zu! Mach da auf, bist der Trainer! Wie geht das denn? Ach, kann man noch später aufmachen? Ah, Friends! Was machst du hier? Ich lauer hier auf Waffa! Ja, okay, alles klar! So ne Post... Kapuza! 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 Sag mir, wenn du aufzeige dich hast, okay? Gib mir mal bitte deine Puppe! Ich balle jetzt wieder runter, der Fazio ist hier! Gib mir... Oh, Friendship! Oh Gott, der ist irgendwo in meiner Nähe! Kann ich wahr sein! Ein schönes Lied! It's around... Anne, gib mir mal die Puppe her jetzt! Vorsicht! Raus Kapuze! Raus! Ich... Gib mir die Puppe! Du hast dich vorhin schon angeschaut! Ich bin effektiv! Verschwinde! Verschwinde! Verschwinde oder ich schieße! Kapuze! Drei! Drei! Zwei! Eins! Warte! Hast du mich in den Schwellen schicken? Nein! Jetzt haben wir hier... Ah! Maxi! 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 Rigo, du hast mich getroffen! Das war nur der Disco! Ey! Oh, Manus! Anne, gib mir die Puppe! Das ist ja geil! Ich kipp dich weg! Ich kann doch eigentlich leben noch! Ich hab nur den Disco! Rudi, Rudi! Rudi, Rudi, Epi! Nein! Gib mir die Puppe! Du hast einen kleinen Moment Panik, oder? Gib mir die Puppe! Gib mir die Puppe! Geh mir, Anne! Wenn du schießt! Du bist so tot! Hey! Hier wurde eine Erschung! Gib mir die Puppe! Gib mir die Puppe! Gib mir die Puppe! Gib mir die Puppe! Detective! Call ihn! Call ihn! Ja, wo denn? Wo denn? Ich wurde gecalled! Ja, warte! Ich komm mal vorbei! Ich komm mal vorbei! Ich komm mal vorbei! Du verfolgt dem Manus! Komm mal vorbei! Bam! Sagst du den Schiss? Boah, da kommen alle oben raus, ey! Hier wurde eine! Draußen bei den Autos liegt ne Leiche! Draußen bei den Autos liegt ne Leiche! Das ist ne volle! Das ist ne volle! Das ist ne volle! Ist der Detective jetzt schon da? Boah, der Sachse! Raus, raus! Wow! Darf ja wohl nicht wahr sein! Alle ausm Weg hier! Red Chip! Boom! Oh! What the fuck! Oh! Dalu! Dalu hat die Insie geworfen! So ein Quatsch! Dalu hat die Insie geworfen! Dalu ist zum Abschuss frei! Dalu ist zum Abschuss frei! Dalu ist zum Abschuss frei! Was? Das war ich doch nicht! Tödedin! Dalu! Ist Dalu jetzt Traitor? Nein! Nein! Er ist frei zum Abschuss, der Detective sagt, er ist frei zum Abschuss! Dalu ist doch gar nicht mehr da! Der ist jetzt als Krabs unterwegs! Oh! Nefi! Nein! Nefi auch! Ne! Ne! Krabs ist da! Der läuft verkleidet herum! Ja! Unsichtbar! Unsichtbar! Dalu ist unsichtbar! Das ist die Klappe! Mann! Der Zahnarzt kommt! Der Zahnarzt! Nein! Ich bin als Krabs verkleidet! Digo! Hier! Geh vor! Geh vor! Krabs ist es dann! Geh vor! Ist er hier drin? Nein! Da ist er nicht drin! Nein! Die Tür geht in zwei Richtungen auf! Nein! Abgeschlossen! Toll gemacht! Haha! Nein! Lass das Feuer draußen! Lass das Feuer draußen! Aaaah! Oh Gott sei Dank bin ich rausgekommen, ey! So ne Kacke! Oh Gott! Hilfe Leute! Ich bin eingesperrt! Wo? Achso! Der ist selber noch drin! Oh nein! Entschuldigung! Aua! Okay du hast mich! Du hast mich early! Danke! Jawoll! Danke early! Boah! Das war unsichtbar! Oh Gott! Vier! Oh Mann! Ey warum man schießt dir da du nicht, wenn die sagen wir es zum Abschluss frei! Ich war doch als Krabs verkleidet! Ich hätte nie töten können, aber dann habe ich die geschehen! Wie ich dich gesehen habe! Auf einmal waren es vier Traitor! Auf einmal waren es vier Traitor! Womit hast du mich gekillt? Weil Lightshed noch dazugekommen ist! Ja! Das ist unfassbar! Was denn? Womit hast du mich gekillt? Mit der Farmers mit zwei, drei Headshots! Ey es ist kein Ziel nicht gut hier, ne? Gesetzte Headshots, ey! Und der Krabs stand oben am Tisch rum und hatte keine Chance! Lightshed hat mich immer nicht huge getötet! Ey, die angegeben mir einfach nicht die Frage! Du hörst in der Ecke hin! Nein! Du hast mich am Anfang angeschossen dadurch nur noch 80 Schläge! Das war der scheiß Lightsaber! Ich habe mich gar nicht angesehen! Letzte Runde! Und Anna habe ich eine Kiste versch... Wenn ich Traitor bin, bist du die Erste, die stirbt! Wenn du Händler wirst! Schnell hier weg, Early! Da ist der Traitor drin! Ich bin Innocent! Manus ist Traitor geworden! Gut geschoppt! Gut geschoppt! Gut geschoppt oder was? Ja, das wäre noch ein bisschen... Das kam von oben! Das war, glaube ich, der Sachse! Das war der Sachse, glaube ich! Was war das für eine Granate? Da rennt er nämlich weg! Ja, der Sachse war's! Das war das Sachse, ich habe es gesehen! Das Sachse? Ja! Sollen wir ihn abschießen? Sollen wir ihn abschießen? Komm, wir haben den Kasshut? Alle mit der Lightshaber hinterher! Wenn ihr das meint, wenn ihr das gesehen habt, dass er das war... Ich habe es gesehen, ich bin Detective! Komm, Anne schieß! Oh! Sorry, ich wollte sie ausschießen! Malus hat uns jetzt auch angeschossen mit dem Sachsen zu deppen jetzt! Tut mir leid, tut mir leid! Malus hat mich fast gekillt! Nein, tut mir leid, ich wollte sie ausschießen! Nein, tut mir leid, ich wollte sie ausschießen! Nein, es ist braun! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott, oh! Oh Gott, oh! Wie alle hinter der Sachsen-Leiche herlaufen! Mach einer mal auf, bitte hier! Danke, ich musste die Credits da noch holen! Warte, geht das nicht nur als Traitor? Ja, nur ein Traitor kann das auch... Die Sachsen-Leiche schwebt, Anne! Ich wollte es nicht gerade aufmachen, ey! Ach so, du wolltest es gerade aufmachen! Ja, aber da hast du dich ja jetzt trotzdem verraten! Nee, ich hab's ja nicht aufmachen! Ich schieß mal sicherheitshalber auf Anne! Ich sprüge ihn in die Ecke hier rein, damit ihn keiner findet! Wow, was ist denn hier los? Wir verstecken hier eine Leiche, ey! Geht mal weg! Das war so klar! Ehm, Grants, lebst du noch? Ja! Wer war das? Also Early ist das schon mal nicht! Hier, nimm euch! Nimm die Waffen da schnell! Good Gaming! Moment, wir sind am Stap hier! Hast du ihn hier wiederbelebt, oder was? In Nightshade? Ey, was war denn das gerade? Ich würde sagen, wir vier sind safe! Weil er sagt nichts mehr! Good Gaming ist gerade erst dazugekommen! Ja, ich bin dazugekommen, aber ich kann's nicht wissen! Er folgt mich die ganze Zeit! Er hat einen Kollegen getötet! Sehr gut! Ich hab McFly erschossen noch schnell! Ja, wir haben draufgeschossen! Ja, 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 ja! Also, hat der McFly sich selbst getötet, oder? Meiner Meinung nach, vom Ausschlussverfahren, Capuzzo ist Traitor! Warum? Ausschlussverfahren! Ja, komm! Andere Leute auch noch da! Nein, alle anderen sind safe! Es sind, denk dran, es sind vier Traitor! Ja, aber, ja genau, Capuzzo ist einer davon! Was ist mit Nightshade? Eine Frage, liebe ich! Schießt wie vorhin! Nee, du bist tot! Capuzzo zum Abschluss, ja oder nein? Nein! Ja oder nein! Sag mal was! Ich bin direkt hinter ihm! Vielleicht bin ich auch ein Traitor! Ja, Shady! Halina? Du stehst auf! Stimmt! Ich bin direkt hinter ihm! Ja! Igo und Dalu wenden hier noch rum und... Doro ist safe, Good Gaming is safe und... Early ist auch safe! Early ist safe, ja! Nefias redet nicht, wenn der nicht tot ist, der Traitor, so kennt man Nefias ja! Ja! Das ist der klassische Nefias! Kaput ist hier hinten! Hey! Early ist erschossen worden! Nein, wer denn? Early ist tot! Ja, das Early tot ist, das haben wir gelesen! Das war nicht, ich hab da selber schießen gehört! Das war ne Pumpgun, oder? Ich glaube, es kam von oben! Ja, ich weiß noch nicht, von wo! Warte, da liegt der! Bitte jetzt, ich sag, warte, ist er das? Ah, du wusstest, dass er da liegt! Guck mal, da liegt der! Wo liegt der denn kaput? Jetzt mach mal... Da liegt der! Mach, mach! Du kannst schauen, du... Hier, mach mal nicht mal ein Detektiv! Du bist doch irgendwie gekommen! Shigo, Shigo! Ja, ich weiß wo... Ja, was soll ich... Crap, schau aber trotzdem nach! Da kannst du sagen, dass ich's nämlich nicht war! Oder Grants, schau du nach! Mach dir ein A-Ding-See! Keine... Ich mach dir ein A-Ding-See! Mach kein dir ein A-Ding-See! Shigo, das brauchst du dich nicht! Steh auf, bitte! Nein! Ja, war nicht ich, oder? Sag's! Nein, stopp, stopp, nicht schießen, Mann! Das ist ein Traitor! Okay, alles gut! Das ist safe! Nein, Shade will mich erschießen! Nein! Mach ich doch gar nicht! Ah ja, das war Shigo voll! Nein, ähm... Ach, Shigolino! Das ist safe! Ah, Ragequid! Real Ragequid! Ragequid! Aber wieso krieg ich keine Punkte? Doch, hab ich wohl! Warte! Disco! Warum? Um den Stuhl da wegzutreten! Au! Au! Was hab ich denn... Was war das denn jetzt? Das ist ne Disco! Ähm... Das war hoffentlich Gramps, der hier grad... Friendship Beam! Leute! Ich weiß... Scheiße! Oh Gott, ich seh nix, Gramps, wir sind die Letzten hier im Raum! Ich seh nix... Das war nicht dich! Das war Shigo! Shigo! Es tut mir leid! Nee, Shigo war schon... Friendship Beam! Nein, beim ersten... Manus! Ähm... Das bräuchte mal das Passwort! Aber wer hat mich jetzt gekillt von euch? Wir waren das! Seitenlinien Prominenz! Wer hat mich jetzt gekillt von euch? Das war die letzte Round, oder? Ja, stimmt! Ach ja! So, tschüss! 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 Vielen Dank.